Warte mal, ich... Ah ne, ich glaube doch weiter, müssen wir fahren. Hier, jemandem briefe. Ähm, hier wollte ich gucken. Köderladen. Och, da hinten wieder. Ja, dann fahre ich gleich runter zum Köderladen. Und da fahren wir auf die andere Seite, wo unser Haus ist. Dann fahren wir dann gleich die Strecke wieder hoch, wo wir letztes Mal gefahren sind. Dass wir oben einen Brief anwerfen können und dann wieder dieselbe Strecke wieder alles zurück. Weil sonst, wenn wir wieder alles zurückfahren würden, müssten wir hier auch noch weiter fahren. Naja, gehen wir ein bisschen hier rum. Dann fahren wir jetzt ständig hier um den See. Dann machen wir dann noch fast die Pakete hier, glaube ich, alle draußen. Oder ja, ist das letzte. Beispiel mal. Dann machen wir mal direkt. Ja, ja, ja. Dann schauen wir. Dann sehen wir mal. Dann gehen wir jetzt. Uhh, die WPF sind gekommen. Jäger, das WPF sind der WPF auf. Oh, nice, a boat trip. Hey, you can tag along if you want, like your father used to, but I'm not helping you with any waxworms. Oh, really? Sounds like fun. Okay, we'll show up here at 4 p.m. sharp. Oh, that's it. Um 16 Uhr müssen wir hier sein. Moment mal, what? Schaffe ich das überhaupt, oder? Ich, ich, äh. Ist es ja noch 16 Uhr? Der Tag hat ja gerade erst begonnen. Ich fahr mal lieber, weil der geht dann nur auf und ab, 16 Uhr ist ja noch lang nicht, das ist ja erst Vormittag, morgen oder sowas. Also um 16 Uhr wird er losfahren, ich weiß gar nicht wann, wann muss nochmal die, die Da haben wir nochmal die Mildred raus, ich glaub irgendwann am Abend der ist, ne? Keine Ahnung. Das werden wir schon irgendwie alles regeln können. Soll noch hier in den nächsten. Dun-dun. Bam-bam-bam-bam-bam-bam. Das ist nach oben wieder Ben Robert, am Brief abgeben. Da steht der Wohnwagen noch gestellt. A-Send. Ja. Darmoc. Bars. 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 Sinds. Z. Darmoc. Bars. So, gibts wieder ein kleines Gespräch. Wie überhaupt. So, gibts wieder ein paar Mal. Der Herr, auf der Seite von... Yadda, Yadda, Yadda... ...Koncerning des Environmental Management Act... ...1, 2, 1, 3... Yadda, Yadda, Yadda... Uh... Wait. Was? Ha-ha! Listen to this! Wir haben entschieden, dass wir die construktion der Apartment für mindestens sechs Monate verabschieden. Wir hoffen, dass das Ihnen auch die vielen Residenz von Providence Oaks... ...die uns mit ihren unfilternen und enthüßigsten Wissen. Es funktioniert! Der Plan funktioniert! Wow! Great! So happy for you, Robert! Wir brauchen das zu feiern. Wie geht es morgen Abend? Steak dinner at Moe's. Oder etwas anderes. Auf mich! Ich liebe das! Great! Es wird Spaß. Wir sehen uns morgen Abend, dann. Wir müssen jetzt gehen. Die Telefonkampen müssen wissen, dass der Assault werden können. Dann werden wir abandönt. Perfekt. Das hat alles wie geplant. Laufen! Oh! Junge, Junge! Das ist September. Aber wir haben doch letztes Mal wieder andere Lieder gespielt. Und hin und wieder schon andere Lieder. Aber gut, ich komme ja nochmal zurück zu dem Thema. Ich habe ja vorher ein bisschen geredet hier, weil die Gegend so schön ist. Kein Wunder, weil wir sind auch hier so an der Westküste oder besser gesagt hier eigentlich schon. Wir sind ja hier in Oregon. Und ich vergleiche meist so Oregon, Washington, so wie halt fast wie bei mir zu Hause so. Weil hier sind Berge, hier sind hier Schnee auch teilweise auf den Bergen. Wälder, Wasserfälle, also Wasserfälle eher weniger, aber ein bisschen allgemeiner. Es ist wunderschön einfach. Kann man fast so vergleichen. Ich kenne es einen Tag. Ja. Fertig. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das mit Bischen-Dingend machen. Ob wir dann jetzt zwei Auswahlmöglichkeiten haben. Warte mal, ich fahre jetzt mal die andere Seite. Ist ja besser, glaube ich. Nein. Ich sage immer, wir sind einfachardan. Ich sage, was man sch Ich sage, was wollen wir, wenn die K impeachment erinnert, dass die Kucke grüftet sind? Wir werden die besten einen Nachdenk 120-Til finden, Wir werden hier die Kürchen feststellen. Das war's. ¡Daa-Daa-Daa! Wir werden hier die Kürchen zu sitzen. Junia Junia Die Farm haben wir hier wieder. Es weiß, dass das jetzt auch drin ist. Ja genau, auf Abbräder mit Robert. Genau. Sehr schön. So, jetzt war ich verhärbend. Oh, we're racing to red light. Let's try to beat the full light. Gut. Ah, schön. So, is this a quiet day, or does it always take this long? Fishing requires patience. We've only been here for two hours. And that's the nice thing about fishing. Well, there's a fine line between boredom and relaxation. I find it hard to relax sometimes. Fishing also requires silence. Bert, can I ask you a question? Hmm. Never mind. I'll stop bothering you. We ought to be heading back home. It's been a fine day and I thank you for the company. Schön. Freitagnachmittag. Natürlich haben wir auch wieder was zu tun. Hm. K's Tape. Let's have a listen. Okay. Okay. Driving along the highway. Headlights light up the signs. Thinking of what might happen. Radio keeps track of time. Hello? Hi, Meredith. Guess what I signed today. The contracts for the added 87 deal? Oh, yes. You are now talking to Steve Mitchell, CEO of a multi-million dollar enterprise. But before I continue my insufferable bragging, I have a thing or two to say. To you. About you. You've been a huge part of the success of this company. And I feel this is just the beginning. We're entering the golden age of personal computers and we've got front row tickets. The past two weeks have made me realize that I couldn't have done it without you. And I'm going to need you even more in the coming years. So, here's a new monster deal I want you to think about. Become a partner in the company for 20% of the shares and a significant pay raise. SIG-NI-FI-CENT. The only condition is that I need your commitment for the next five years. So, there it is. Think about it and let's talk about it more when you're back in the office. Oh, wow Steve, that sounds great. Just let it sink in a bit. I don't need an answer right now. I have to get back to my, uh, million dollar lifestyle. Actually, no, I need to get cranked on lots of stuff. Talk soon, Meredith. Okay. We have, of course, to do. Good evening, feline friends. Aunt Meredith is going to keep you company tonight. Come here. Kiki-kiki. Au. Oh. I mean, I don't have to do this all the day. Or do it still. A postcard? From Angie. Miss Meredith. I am so, so sorry, I haven't been able to see you. It's just that I've been swamped organizing my not so timely exit from Providence Oaks. I'm sure you understand. You've probably seen the foreclosure notice. That certainly helped expedite my decision to leave. Anyway, I'll be honest. I'm still thinking about that kiss we shared in the car. And I don't usually dwell on these kind of things. So, feel special, Meredith. I hear you're going to the open mic night on Sunday. I wasn't planning on going, but I want to see you before I leave. I'm really anxious to find out what you've decided to do. Whether you're going to stay in this town, or go back to the city, or do something else entirely. And I'm going to be forward, as you know I always am. I'd like to know if little ol' me figures into those plans somehow. So, anyway, I'll see you there, yeah? Love, Angie. Happy Saturday everyone! It's time once again for a P.O. positive tour. That P. Today's verdict is from Cheryl. On the Main Street. Drei Pakete in zusammen. Alter. Habe ich schon mal erwähnt, dass es eigentlich weniger Pakete geworden sind? Oh, hello. How's the photography coming along? Okay, I guess. I've been using the camera for a bit. If you can take pictures for me like you said you would, I can get this practice in. Well, maybe I'm not the right person for it. You can give it back, and I'll do it myself. Okay, here you go. Are you here to help out with the camera? Yes. I think I'd like to give it a try. It's hard to pass up free stuff, right? Here you go, and good luck. Take pictures until the camera roll is full, and then return it to me. Okay. Okay. Ah, yeah. Genau so war das. Ich mach jetzt auf. Ich mach jetzt auf. Ich mach jetzt einfach mit allem einfach Fotos. Keine Ahnung, was ich da wirklich fotografieren soll, aber ich hab's jetzt einfach mal getan. Sonst fragt sich uns noch hundertmal wegen denen. Ah, you're still here, huh? That makes two of us. When are your parents coming back? Actually, they might just stay in Florida. Florida? Your parents? Ha! Yeah, isn't it weird? They'll be back soon. Florida is expensive, and honestly, isn't all it's cracked up to be. They found a lovely and affordable place next to the beach. Sunshine and the beach get boring real fast. Well, I better be on my way. Have a nice day. Yeah, and the camera? Do you think it'll rain today? It's been raining a lot lately. Okay. We'll be next time, I don't know. The camera we have now, at least, not anymore. Also, at least, I can take a photo again. Oh, Junge. I gotta go. I'm fine, I'm fine. But, like, I'm fine. You probably야. I'm fine. You, I'm fine. I'm fine. I'm fine. You, I'm fine. It's fine. You, I'm fine. You and I, I can't take a photo again. So, dann werde ich auch gleich eine Pause machen bzw. ein Feierabend machen für heute. Ich glaube, es ist wirklich nicht mehr bald. Ich glaube, keine Ahnung. Die Abredung heute Abend ist mit Robert und danach, keine Ahnung, ob das hier noch kommt. Vielleicht nur ein Teil oder sowas. Ich bin auch noch. Jedenfalls haben wir auch einiges geschafft. Ein paar Folgen werden sicher noch kommen. Da sind wir auch schon durch hier. Da haben wir ein Lake hinter uns. Und dann können wir auch bald mit neuen Projekten oder weiteren Projekten machen. Dass ich halt noch immer Lust habe, ist auf den Himmelbild. Muss nicht groß das immer sein, aber irgendwas. Ich werde da mal ein bisschen ausschalten. Vielleicht findet man da was Schönes. Muss ja nicht lang sein, irgendwas. Oh, interessant. Ich hätte mal wieder Lust, so eine Abwechslung halt auch. Mit Rätselzeug und sowas. Mal gucken. So, woher müssen wir als nächstes? Auch hier auf beide Seiten. Mal einen Brief. Dann lasse ich den einen hier. Warte mal, dann lasse ich den einen hier. Nicht wieder runter. Also ja. Hier den nehmen wir mit. Und dann fahren wir hier raus und holen den. Und vielleicht den und den. Dann nehme ich hier noch das letzte. Mal gucken. Mal gucken. So, dann holen wir, ich fahr mal mit dem Wagen zum nächsten Punkt, dann ist es mal färben. Dann haben wir wieder einiges geschafft, dann muss ich beim nächsten Mal wieder hier anfangen als während der Tour, hilft dir nichts, bis jetzt alles gar nicht fahren, oder beim nächsten Mal zumindest. Oh, ich sehe es, was hier das Licht so lange macht. Es wird aber immer schlimmer, um Gottes Willen. Oh, es ist gewittert. Es ist ein Sturm. Naja. Jetzt gehört halt mein Zeug dazu, bevor das war. Okay, fellow Providence-Oakians, it's time once again for the sent-in letters and announcements. This one's from our very own Maureen, or Moe, as we all know. Hey, folks, just wanted to grab your ears for a second to let you know all about the upcoming Open Mic Night over at Moe's Diner this Sunday. That's right. Claim your 15 minutes of fame, enjoy some well performances, and the usual good food and drinks for everyone. I expect to see all of y'all for a great evening. And maybe even some dancing. You know who you are. Come join the show at Moe's at 8 p.m. this Sunday. I'll come catch you if you don't. Well, you heard her, folks. And I'll be there, too, so you better not miss it. Back to the music and to one of my favorite songs. Mail Carrier Meredith. Farmer DJ Jack. Seen any ghost drivers on the way here? Ghost drivers? Yeah, you know, people driving on the wrong side of the road. Nope. Haven't seen them. Okay. I was just wondering. Don't bother. I need to get back to the live show. See you tomorrow, I reckon. Bye now. I reckon. Oh, and please close the door. Don't want to broadcast any mail truck noise. Thank you much. Oh. So. Let's go again here. There's a lot of air here, man. Well, I would say, until next time, folks. Let's go again. Let's go again. Let's go again.